Jetzt heißt es geht los für uns und wir haben jetzt noch vier Stunden bis zum Check-In. Also alles easy. Wir fahrten in 10 Minuten und dann geht es endlich auf die Malediven. Die Vorfreude wird immer größer und größer. Die Vorfreude wird immer größer. Paradellens! Guten Morgen aus dem Paradies! Hallo! Wir hatten heute eine kleine Überraschung. Laut Wetter soll es ganz gut rechnen. Und wie ihr da wollt, der blauer Wind und der Sonnenschein. Ja, wir freuen uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum 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 nächsten Mal. Tschüss.